Guten Morgen, Sie sehen Ihr Kaffeepuls. Sie ist der Superstar der Gegenwart. Sie hat Millionen von Platten verkauft, unzählige Nummer eins, sie ist extrovertiert. Ein bisschen anders, wir kennen sie alle, Lady Gaga. Die ganze Woche über schon gibt es Gerüchte, dass Lady Gaga nach Wien kommen soll. Wir haben gestern gleich mal zehn Redakteure auf den Weg geschickt, um sie zu suchen und um alle Hotels abzuklappern. Und ganz exklusiv durften wir als einziger Fernsehsender Österreichs Sie begleiten. Lady Gaga in Wien. Ich sehe, es ist zum ersten Mal. Es ist zum ersten Mal Lady Gaga. Ja, ja. Wie gefällt es Ihnen? Schon ergreifend. Ein bewegender Moment für Sie? Ja, sehr. In Wien und dann Lady Gaga. Schaut ein bisschen schlampig aus, das Ganze, was Sie anhat natürlich. Ja. Lassen Sie sich gerne von Ihrem Stil inspirieren? Schauen Sie mich auch. Glauben Sie sich, dass der zu mir passt. Also, ich sage es Ihnen ehrlich, wie eine Prostituierte. Was heißt? Doppelt. Doppelt? Ja. Ich bin mit meiner Frau 28 Jahre verheiratet, aber ich möchte nicht tauschen. Weil da müsste nur ich arbeiten. Bei derer. Lady Gaga ist hier. Wo? Da, Lady Gaga. Was sagen Sie? Na, da darf ich vorerst. Und? Gefällt es dir? Bin ja kein Wohreimer. Jetzt Moment, Lady Gaga ist da. Sorry, Lady Gaga. Jo, jo, she's an A-Gaga. Wo schaust du genau hin, sag? In's Poker-Face? Nein, nein, in's Poker-Outfits. Verstehst du nicht? Ja, super, Sie kennen das gut, ja? All right, all right. Oh, thank you. Welcome. Lady Gaga hat ein kurzer Stilbesitter hier in Wien. Aufregung, Purs, tummelt sich alle. Vielleicht können Sie sich ein bisschen beraten. Ich weiß noch nicht. Wo ist denn der Manager? Da riechtest du mich? Ich bin der Manager. Sie sind eher der Manager von der Gaga, meine ich. Ach so, ja. Grüß Gott. Mein Name ist Marius, gerne. Ich habe mit Ihrer Kollegin abgeklärt, dass wir kurz einkaufen gehen dürfen. Es muss ganz explosiv bleiben und wir wollen auch keine große... Danke. Wir machen uns ganz ruhig und wir schauen, dass wir auch schnell wieder weg sind. Ja, muss nicht schnell sein. Sie mag generell keine Beratung, sie möchte sich selber mal umschauen. Und wenn sie was braucht, dann würden wir auf sie zukommen. Ist gut, gerne. Was, zwei? Ich glaube, es gibt vielleicht zwei Brillen da. Wahnsinn, oder? Ich glaube, es gibt eine oben und eine auf den Augen. Wie viel Rabatt bekommt Lady Gaga? Lady Gaga kriegt 50%. 50%? Ja. Wir schauen jetzt einmal raus, was sich da tut. Da ist schon einiges los. Vielleicht können wir da raus. Oh, da tummeln sich schon die jungen Fans von Lady Gaga. Vielleicht können wir kurz nochmal aufmachen. Lady Gaga! 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 Kommt mir nicht dran an die Frau, ist ja Wahnsinn. Würdest du sowas anziehen wie Lady Gaga? Ähm, wenn ich erwachsen bin schon, aber jetzt wohl nicht. Du bist doch ein bisschen zu jung, gell? Ja. Dauert doch ein bisschen. Ja. Aber mal ziehen wir dich in dem tollen Outfit. Gib dir noch zwei Jahre. Äh, drei Jahre. Okay. Die Limo steht schon bereit für Lady Gaga. Lady Gaga! Wow! Lady Gaga! Lady Gaga! Lady Gaga in Wien und das am 1. April.